Jetzt macht das einmal. Ich möchte das jetzt einmal gucken. Guck mal, wie tief das jetzt ist. Ja, aber guck mal, es ist mega gut so. Nee, es muss einen höher. Du kleine Garst, Digga. Aua. Nee. Mach mal Mund auf, Augen zu. Und neig mal den Kopf so nach hinten. Sicher, dass du das willst? Ich stecke nicht meinen Peen. Oh, bitte. Nicht, nicht, bitte nicht. Bitte den Peen. Ich kann nicht glauben, dass wir... Hallo. Ich kann nicht glauben, dass wir hier sind. Und ich kann wirklich auch nicht glauben, dass wir das tun. Und ich kann nicht glauben, dass ich mit dir hier sitze. Ria, jetzt hört es mir aber hier ein bisschen zu albern. Kannst du mal bitte aufhören, so viel zu sein? Finde ich total anstrengend. Also ganz ehrlich, wie alt sind wir denn hier? Ich habe keine Lust mehr mit dir zu drehen. Hey, wieso? Da sind wir. Da sind wir. Anderthalb Jahre später? Naja, so zwei. Schon zwei Jahre später. Wann haben wir das letzte Mal frittiert? Boah, vor drei Jahren? Vier Jahren? Ich weiß, wir haben mal Weihnachtsessen frittiert. Boah, Joey, ich ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, warum wir jetzt gerade hier sitzen. Weil alleine bei dem Gedanken wird mir schlecht. Leute, ganz ehrlich, heute Morgen sagte Julia so zu mir am Frühstückstisch. Ja, Joey, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich drehen soll. Was lief mir am besten? Oh, Joey, lass doch mal frittieren. Ich so, nee. Sie so, Fritteuse gekauft. Blöde Kuh. Wir sitzen seit anderthalb Jahren das erste Mal wieder zusammen vor der Kamera. Ich kann nicht glauben, dass wir das gerade tun, aber wir machen... Nein, letztes Jahr haben wir auch mal ein Video gedreht. Das war vor anderthalb Jahren. Stimmt, das war auch nicht. Das ist wirklich sehr lange her. Aber wir tun... Es schon wieder. Wir tun es schon wieder. Wir kacken heute nämlich live in diese Fritteuse rein. Und dann schauen wir, wie eine Crunchy-Wurst so schmeckt. Oh, ist das wirklich. Hä? Es ist schlimmer geworden mit mir, ne? Es ist viel schlimmer geworden. Wir haben gerade für Joeys Kanal schon ein Video gedreht. Ich bin halt schon am Ende. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ey, gar nicht. Das war total entspannt im Gegensatz zu früher. Entspannt? Ey, aber guck... Heute wird auch absolut entspannt. Guck halt nicht. Was? Was willst du mir zeigen? Nix. Jetzt sag doch mal, was hier los ist heute. Julia ist eben durch den Superschönmarkt gerannt und hat sich alles eingegrabbt. Durch den Superschönmarkt. Der Superschönmarkt. Kennst du den nicht? Das ist der Neue hier um die Ecke. Ich bereue es jetzt schon und zu allem Überfluss werden wir heute auch noch alles frittieren, was uns in die Hände kommt. Aber es ist ganz wild gemixt. Es hat nicht eine bestimmte Kategorie. Nee. Mir ist jetzt schon so heiß. Mir auch. Und gleich wird es noch heißer. Soll ich mal mein Gesicht davor halten? Gucken, ob es dir tut. Komm, mach. Dies ist dir gar nicht weh. Aber warte mal nochmal. Jetzt. Oh! Das hat schon wie getan. Aber ich würde es nochmal machen. Joey ohne Spaß. Man könnte meinen, wir sind erwachsen. Ganz ehrlich, Leute. Das innere Kind darf niemals sterben. Stell mal vor für ein Tösel mit Akku. Oh, voll geil. Könnte man mit so einem Campen nehmen. Lass mal ein Video drehen, wie wir campen. Oh mein Gott. Boah, das wäre schon krass. Eine Nacht im Zelt. Mit Joey und Julia. Boah. In anderthalb Jahren dann. Aua. Alkohol? Ja, Bierteig. Schon krass, ne, dass man da Bier reinmacht. Ja. Ist eigentlich Quatsch. Ich dachte erst so, oh, das wird jetzt bestimmt kacke. Und dann hast du es nochmal richtig gerettet. Ja, zum Glück. Kennst du das Verhältnis? Nö, wir machen einfach. Lifehack. Macht einfach mit dem hier. Dann dauert es länger. Haben wir da nicht noch irgendwie Backpulver? Nein. Vanillezucker? Nein. Machen wir noch so rein. Lebensmittelfarbe. Wollen wir das machen? Haben wir die nicht verwendet vorhin? Ja, nicht alles. Wir hatten noch so ein Säckchen, ne? Will, du bist so eine bliederliche Eklige. Ja, es tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, dass ich das halt da reingeschmissen habe. Ja, aber wir können doch jetzt keine Lebensmittelfarbe aus dem Müll essen. Ja, aber vielleicht. Die Kondomverpackung. Das ist so räudig. Was zur Hölle? Aber ich bin ja halt... Das können wir nicht mehr verwenden. Ja, wer weiß. Vielleicht können wir es noch verwenden. Aber ich glaube, es ist da drin. Ich glaube, es ist halt... Da ist es. Es ist halt wirklich da drin. Reißt es auf? Es ist da drin. Ihhh. Es riecht so nach Lampenöl. Es riecht so widerlich. Es wird alles rot halt, ne? Ey, sorry Joey, aber... Au, das war mein Knie. Hast du das eigentlich mal gesehen? Aber wir benutzen das jetzt halt. Weil ich möchte gerne rote, vertierte Sachen haben. Wir haben unsere Lebensmittelfarbe gefunden. Die lag in der Restmülltonne. Die machen wir doch jetzt nicht einfach so da rein. Ja, aber was sollen wir denn machen? Die ist zu. Du musst deine Hände vielleicht auch noch waschen. Das stimmt. Da sind sämtliche Keime dran. Das ist wirklich ekelhaft gerade. Oh mein Gott, deine Haare waren gerade komplett im Bierteig. Oh ne, ehrlich? Ich wasche nie Hände bei irgendwas. Ich esse nie wieder von... Irgendwas von dir. Ey, das ist so unnötig in der Amkarte. Weißt du, wie das gleich aussehen wird? Wie so ein richtig guter Dünnschiss. Ja komm doch, das ist doch rosa. Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Das ist kein Blutschiss. Blutschiss klingt wie ein männlicher Vorname. Blutschiss? Ja, Brian und Blutschiss. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so komisch bin, Julia. Ja, ich check's auch nicht. Ich glaube, ich komme auch gerade richtig unsympathisch. Du bist auch unsympathisch. Hä? Oh, hab ich dich jetzt verunsichert? Ja, hast du mich verunsichert. Ja, du hast mich heute auch verunsichert. Hä, mit was? Indem du mich so angezickt hast. Wann? Am Anfang dieses Videos. Ich hab mich doch nicht angezickt. Ich glaube, du warst ganz gemein zu mir. Du hast gesagt, ich bin unlustig und kindisch. Oha, komm her. Wir vertragen uns wieder, okay? Okay, danke. Fette Kuh. Hä, fett? Kuh ist okay, aber fett? Sorry. Bist du bereit für die erste Sache? Ich bin sogar eine kleine Süßmaus gewesen. Du hast mir nämlich letztens erzählt, was Wolfgang dir mal mitbringen soll, ne? Ein Kinder-Country. Oha. Bin ich süß oder bin ich süß? Hast du das verdient? Nein. Ist es trotzdem hier für dich? Ja. Ich sag's auch gerne nochmal in diesem Video. Heute Morgen hat mein Nachbar mich wachgeklingelt, weil Julia ihn zugeparkt hat. Und dann musste ich ihr Auto wegparken. Und als Dankeschön und Entschuldigung kriegst du... Oha. So will ich das nämlich hören hier. Allerdings kannst du es jetzt leider nicht einfach so essen, sondern das wird jetzt frittiert. Meinst du, das schmilzt nicht? Doch. Aber das wird trotzdem super. Julia, da haben wir es auch direkt versaut, ne? Oh, das ist wirklich das dümmste Video ever. Du machst jetzt schnell ein Panko rein, darf er nicht zu wenig sein. So, und jetzt gut mixen hier. Oh scheiße, jetzt ist das ganze Panko in meine... Das wird so ne Sauerei. Es sieht aber geil aus. So sieht das aus, wenn Dinge frittiert werden. Haben wir noch nie gesehen, oder? Bisschen freue ich mich schon. Ja, und wenn das Video dann abgedreht ist, dann findest du dich eklig, scheiße und hässlich. Perfekt. Oh Julia, wir haben hier ein Leck. Ich glaube, hier tritt langsam Schokolade aus. Oh, aber ganz langsam erst. Sieht schon nicht schlecht aus, aber ich hab trotzdem mehr erwartet von der roten Farbe, muss ich sagen. Weißt du, wie das aussieht, wie so ne Apfeltasche? So Julia, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es schmeckt, ne? Ich mir halt auch. Boah, ganz ehrlich? Oh mein Gott. Das sieht super aus. Wow. Das sieht wirklich super aus. Das ist so richtig geil geschmolzen. Oh mein Gott. Ich freu mich gerade. Okay, lass es essen. Oh, toll. Oh nein, die sind alles verbrannt. Toll, warum machen wir das? Oh, ne Augen geschmolzen. Ja natürlich. Deine Zunge ist tot. Und ich halte mich jetzt kochen weiter. Du isst kochen weiter? Also ich muss sagen, es schmeckt viel weniger nach Kinder Country, als wenn man es so essen würde. Ja das stimmt, aber ich finde es schmeckt sehr gut. Ich finde das ist irgendwie, das Kinder Country ist weg. Ich hab halt auch bei diesem Video an ein bisschen Nostalgie gedacht, ne? Okay. Und ich hab was gekauft, wo ich dachte, damit verbinde ich dich und mich. Kacke. Ja die hab ich aber nicht extra gekauft. Die mach ich gleich gleich. Hier rein. Direkt. Mach die Augen zu. Okay. Mund auf und Kopf in den Nacken? Ne. Mach die Augen auf. Boah du widerliche ey. Das sind Sohleier. Fandest du die nicht viel ekliger als ich? Ich fand die so hart zum Kotzen. Und ich hatte die Möglichkeit zwischen Weinblättern und Sohleiern. Ich hätte Weinblätter mehr gefeiert. Ja richtig. Dementsprechend hab ich Sohleier genommen. Das Ding ist, ich weiß nicht mal was das ist. Na Eier, die eingelegt sind. Ja aber in was? In Sohl. In Brandweinessig, Paprika, Speisesalz und Senfkörner. Also einfach nur Essig Eier. Eigentlich gehts voll, ne? Vielleicht merken wir jetzt auch, dass wir Sohleier eigentlich total geil finden. Ja guck mal das riecht wie so ein leckeres Senfei. Oh das riecht tatsächlich gar nicht schlecht. Aber weißt du was, wir haben einfach den ganzen Tag nichts gefressen. Deswegen finden wir ja gerade alles geil. Das ist vielleicht wie mit dem Kinder-Country, dass du einfach das Innenleben dann gar nicht mehr schmeckst. Es ist halt immer noch ein Sohleier, ne? Es ist aber immer noch nur ein hartgekochtes Ei. Eigentlich kannst du da nichts falsch machen. Sagste jetzt. Also mein Tipp ist, it's gonna be very very nice. Do you think it's gonna be good? Do you think we're gonna like it? We're gonna like it so much you don't even understand. Du ja vorsichtig, ne? Warte, warte, warte. Weee. Du gefährliche. Sorry. Das ist das goldene Ei. Wie schnell ging das denn jetzt? Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Ja, aber wir können noch ein bisschen. Ja. If you wanna eat my poo, I'mma spend the night with you. But please don't tell my father, cause he's gonna eat it too. Das sieht wirklich aus wie so ein richtig geiler Cheeseball. Darf ich's diesmal haben und aufschneiden? Du darfst es haben und aufschneiden. Sag mal, haben wir überhaupt ein Messer? Ne. Soll ich mal ein Messer holen? Ja. Soll ich jetzt echt ein Messer holen? Ne. Oh, es ist hart. Es ist sehr hart. Das sieht aus wie diese Ikea-Eier. Die sind auch so hart. Toll, da muss ich ja unbedingt mal hin zum Frühstück. Ich will irgendwie nicht, dass das gut schmeckt. Cheers. Das hat sich so toll angehört, dass wir vom Mikrofon machen. Legit guter Snack. Ach du Scheiße Joey, das schmeckt gut. Was ist denn jetzt los? Schmeckt schon sehr Essigmäßig, ne? Aber lecker. Oh mein Gott Joey, wir sind alt geworden. Wir haben einfach mal extrem Hunger, Julia. Ja, glaub ich auch. Langsam finde ich's auch ein bisschen edlich. So, das war's dann auch schon wieder. Nevermind. Ich hab jetzt wieder irgendwas von Burger King frittieren. Woher weißt du, dass ich was von Burger King gekauft habe? Ich hab die Tüte gesehen. Oh, Manno! Ich hab aber nur Burger King gesehen. Okay. Du weißt nicht, was es ist, ne? Natürlich wird's ein Burger sein. Oder? Ich hab Burger und Nuggets gekauft. Das ist ja noch nicht genug frittiert. Plant Based Fried Nuggets. Das wird nicht mehr schmecken. Nee. Das ist halt vor drei Stunden gekauft worden. Das ist komplett pappig. Deswegen müssen wir's ja neu frittieren. Und dann hab ich noch was gekauft. Und zwar mein Lieblingsburger. Plant Based Extra Longtility. Echte Flammen, echter Geschmack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh mein Gott, ich brauch irgendwas zu essen. Oh, lecker ich auf. Ich bin wirklich am sterben gerade. Alter, das ist super pappig. Ich hab so Hunger. Ich knall das jetzt einfach da rein, ne? Der Burger wird jetzt... Ach du Scheiße, wie das aussieht. Ja, unser ganzer Bierteig ist dann weg, wenn wir diesen Burger einmal... Ich glaube auch. Das ist zu wenig. Nein, weißt du wie viel das ist? Warte, 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 aber diesmal muss es wirklich hier rein. Sau schwer. Oh mein Gott, das ist so schwer. Boah, das schwimmt. So freudig. Alles voll. Irgendwie sieht's ja auch ganz lecker aus, ne? Wir müssen den auf jeden Fall wenden. Ich freu mich halt leider sehr drauf. Ich freu mich auch richtig drauf. Wollen wir schon mal die Nuggets auch dazu packen? Der kommt jetzt hier unter die Haube. So, wenn du schon nicht unter die Haube kommst, dann wenigstens der Burger. Oh, wie das jetzt hier auch noch thematisiert wird. Aber komm, das war doch ein ganz guter Ding. Eine gute Überleitung. Wozu? Zu sagen, dass ich Single bin? Ja. Also Leute, meldet euch bei Julia. Nein, bitte nicht! Sie hat Entzugserscheinungen, sagen wir es mal so. Ich hasse dich so sehr. Julia! Oh ne! Fat-Tracken gehen nie wieder raus. Doch, gehen sie. Gehen sie? Ja. Wirklich? Ja. Warum ziehe ich auch mein liebstes T-Shirt an, wenn wir mit Fethantieren? Ja, das ist halt auch meine eigene Schuld an der Stelle. Ja, und jetzt bin ich wieder dran schuld. Der ist wirklich deep fried. Alter Leute, der war 10 Minuten da drin. Oh mein Gott, der ist sowas von overly deep fried. Alter, ist der riesig geworden. Guck dir diesen Oschi mal an. Weißt du, was ist auch ein richtig fetter Oschi? Was? Sprich's aus, hä? Julia's Peen. Boah, da ist ja richtig der Widerstand, als wäre da noch ein Knochen drin. Boah. Wow. Ist halt sogar warm innen. Oh, Panade mit Panade. Wer hätte das gedacht? Panade mit Panade mit Panade. Cheers. Okay, und jetzt zum Burger. Schmeckt halb noch. Schicken alle. Schmeckt besser als eben noch. Das ist Arschloch heiß. Ein gesamter Gaumen wird schmelzen, wenn du das jetzt isst. Mein Gaumen ist an einiges gewöhnt. Ich bin wirklich nicht so hitzeempfindlich. Echt jetzt? Ja. Ja, dann mach mal. Geil. Geil. Wenn ihr irgendwann mal so random ne Fritteuse da habt. Und nen Burger. Dann schmeißt den da rein. Ich möchte den jetzt eigentlich aufessen. Ich muss ja sagen, das ist mir ein bisschen zu scharf. Hast du da extra viele Ralapeños rein gemacht? Nein. Es ist wirklich geil, dass es so scharf ist. Ich fang halt schon wirklich an gerade zu schlitzen vor der Herre. Ja, ich auch. Dass wir das so weit essen, ist halt wirklich ein großes Indiz dafür, wie unglaublich lecker das ist. Dann greif es ab. Stopp. Hattest du das jetzt die ganze Zeit in deiner Tüte einfach ungekühlt? Nein. Ich habe das die ganze Zeit in der Gefriertruhe. Ich bin ja nicht doof. In meiner? Ja. Vor wie vielen Wochen hast du die da reingetan? Vor zwei Stunden. Kann ich mal einfach so beißen? Nein. Ui, das ist aber schon ganz schön weich, ne? Ja, leider schon. Wir haben zu lange gelabert. Ich weiß noch, wir haben schon mal versucht Eis zu frittieren und das hat überhaupt nicht funktioniert und deswegen dachte ich so mit diesem kleinen Mochi drumrum. Ich kann mir vorstellen, dass ich... Maybe it's gonna work. Es war eine gute Idee von dir. Danke. Warte, warte, warte. Julia? Es ist vorbei. Wollen wir doch eins so probieren? Ich habe richtig Bock drauf. Wollen wir zusammen reinbeißen? Okay. Oh nein! Es klappt nicht! Scheiße! Ah! Oh mein Gott! Hol's schnell raus! Ohi! Aber wie denn? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Sehr viel heißes Fett! Scheiße, es rutscht! Ja toll, es ist einfach nur ein Ball mit rausgelaufener Schokolade jetzt. Aber trotzdem lecker. Also Leute, hier ist noch nicht so viel Eis drin. Schon ein bisschen, aber... Oh, hier ist so viel Scheiße schon drin. Ja, lass einfach nicht drüber reden. Ich kann da nicht reinbeißen, mein Gaumen verträgt das nicht. Ich glaube dir, dass du das hinkriegst. Aber meine Seele ist etwas zu schwach dafür. Nein, ich traue mir das nicht. Aber lass mal... Das heißt, ich traue es mir nicht. Ich traue es mich nicht. Nein, ich traue es mir nicht. Bist du doof? Ich traue mir das nicht. Ich traue mich das nicht. Nein, er traut sich das nicht. Ja, richtig! Und ich traue es mir nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Leute, stimmt jetzt in den Kommentaren. Ja. Ab! Also sorry, aber wenn dir jemand glaubt, bei Deutsch, was du gerade wirklich nicht kannst, dann ist Hopfen und Malz verloren. Und jetzt ist die Scheiße hier mit mir. Das war mal eine Ansage. Aber war ein geiler Moment. Weißt du, wie geil das schmeckt, Julia? Das ist ja wohl der absolute Oberhammer. Das ist komplett kalt noch in der Mitte. Das ist so geil. Obwohl wir komplett unsere Zähne gegeneinander geknallt haben. Wir sehen jetzt auch beide aus wie so eine kleine Kotnascher, ne? Ja. Bei Naschen denkst du da auch immer direkt an Kot? Nein! Ich finde, Naschen verbinde ich sofort... ...Sin. Aber wollen wir noch mal eine? Die sieht bestimmt gerade original aus, als würde ich kacke essen, ne? Weißt du was, Julia? Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben einer Frau so nah. Mozzarella? Ah ah. Burrata? Mhm. What the fuck ist das? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Ist das auch Käse? Du weißt nicht, was Burrata ist? Oh mein Gott, Joy, das ist die größte Bildungslücke, die ich jemals bei dir entdeckt habe. Käse in Lake mit Sahne gefüllt. Hat der Füllung? Ist das Käse? Du kennst keine Burrata? Joey, du hast dein Leben verpasst. Hä, wann kam das raus ins Leben? Schon immer. Das kam erst letztes Jahr bestimmt raus. Nein, überhaupt nicht. Klar. Joey, ohne Spaß. Burrata ist die geilste Art von Mozzarella, die du essen kannst. Also ist es doch Mozzarella. Es ist kein richtiger Mozzarella, aber es ist so... Du kannst es so ein bisschen damit so vergleichen. Es ist so weich und geil innen drin. Ist es jetzt nun flüssig innen drin? Ja. Es ist richtig lecker. Aber was kommt raus? Ja, so sahniger Mozzarella. Lecker. Ja. Du hast das noch nie gegessen? Ich wusste nicht, dass es existiert. Oh Gott. Alter, das kann nicht wahr sein, dass du das nicht kennst. Und das ist jetzt so ein Wald? Wo hast du geschlafen die ganzen letzten Jahre? Na ja. Ich meine es jetzt tot ernst, oder ich habe das auch noch nie gehört. Also ich kenne den Begriff Burrata, aber ich wusste nicht, was das ist. Hätte auch eine Zange sein können. Ich habe mich komplett über die ganze Corona-Zeit nur davon ernährt. Ich habe nichts anderes gegessen als Burrata mit Tomate. Und mittlerweile mache ich das immer noch. Ja, weil es einfach heilig ist eigentlich. Ich mache das hier hoch und jetzt ganz vorsichtig. Burrata ist so empfindlich wie eine weibliche Brust. Aber es könnte ein gutes Brustimplantat sein, ne? Ja, aber ich glaube, das schimmelt irgendwann. Ich hoffe, dass das da alles drinnen bleibt. Das wäre so toll. Ja, ich revidiere mich. Ich glaube, das schmeckt sogar noch besser als der Burger. Au, jetzt spritzt es auch noch an meinen Kinn. Julia, hör auf das immer rauszuholen. Passiert, wenn wir so eine Küchenrolle plittieren, Julia? Oh, ich glaube, wir müssen das schon rausholen. Oh, Joey, das wird so schön jetzt. Es wird wirklich ein richtig bindender Moment in unserer Freundschaft. Wirklich? Ja. Sollen wir uns dabei berühren? Nein. Nicht mit den Fingernägeln. Doch. Oh mein Gott. Aber du bist noch gar nicht in der Mitte drin, ne? Ja, funktioniert auch nicht. Ja, stich mal rein. Das ist halt wirklich Käse ummantelt mit Käse, ne? Es ist wirklich einfach geil. Das hier ist so eine Steigerung von Burrata, oder? Frittierter Burrata könnte auf einer Speisekarte stehen. Ich schwöre ja. Lass mal Restaurant aufmachen, nur mit frittierter Burrata. Wir haben es noch nicht mal probiert. Lass mal machen, oder? Okay. Cheers. Go. Mmh. 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 Das ist schon eine Menge Käse. Ja, aber lecker, oder? Es schmeckt wie Mozzarella mit weich, mit flüssigem Mozzarella drin, oder? Aber lecker. Toll. Ich finde das toll. Wir können das Restaurant öffnen. Die würden dir die Füße einrennen. Die Türen. Die Füße. Die würden dir die Bude einrennen. Was ist, wenn wir das hier jetzt frittieren würden? Nichts. Aber das würde dann bestimmt richtig knusprig werden. Nee, wird's nicht. Aber ich will unbedingt das mal einwerben. Es wird einfach sapschig werden. Ja, am Ende. Das wird knusprig. Nee, das hilft nicht. Ja, am Ende. Okay. Wir sollten was gesundes machen, oder? Erstmal einen Lauch. Ich hab keinen Lauch. Aber was hast du dann? Oh mein Gott, einen Apfel. Eine Nektarine. Eine Necki. Eine Necki. Aber die ist noch viel zu hart. Ja, die ist weicher. Nee. Ja, aber es gab keine weichen, und ich mag harte. Du kannst doch keine harten Nektarinen kaufen. Ich liebe harte Nektarinen. Hä? Die schmecken da nix. Harte Nektarinen schmecken viel besser. Da kannst du aber direkt einen Burrata essen. Ja, hab ich doch gerade. Naja, aber brauchen wir keine Nektarinen mehr. Das ist Käse. Doch. Ich möchte das essen. Und weißt du was? Dann ess ich die Nektarinen und du isst die Banane. Uh du? Find ich gut. Jetzt kommt die Banane da rein. Find's auch so lustig, dass wir gerade an meinem Schreibtisch frittieren. Hier mach ich meine Buchhaltung. Jetzt steht hier eine Fritteuse. I think your banana is ready already. Do you think so as well? Shall I try it? Yeah, maybe I should try it. You go girl. Uh. Oh, ist halt noch flüssig der Kern, ne? Looking great, sweetie. Oh mein Gott, du hast hier halt wirklich noch flüssigen Bierteig drin, ne? Ja, ist egal. Stehe ich da drauf. Ey guck mal, wenn man nicht wüsste, dass das Bierteig ist, könnte man auch denken, dass das so eine geile Creme ist. Füllung. Ist es aber leider nicht. Ja leider nicht. Es ist wirklich keine geile Creme. Weißt du was? Ich bin eigentlich allergisch gegen Nektarinen. Echt jetzt? Ja, es juckt dann immer so am Mund und dann kratzt es auch ein bisschen im Hals. Aber es schmeckt so lecker, deswegen ist es mir egal. Ist das dein Ernst gerade? Ich esse jeden Tag am Set bei Frühling ne Klarine, weil es das immer da gibt. Und jedes Mal ärgere ich mich danach. Das darfst du nicht machen, Julia. Aber es geht mir gut. Ich kenn das aber auch nicht, weil ich bin gegen nichts allergisch. Ich kann alles fressen. Ja, schütze dich. Dann friss die Banane jetzt. Ich friss die Banane. Ja, geil. Ich friss die Peach. Aber es ess du erstmal die Peach. Okay. Mmmmmmm. Nein, Julia. Hör auf zu lügen. Ganz ehrlich. Wir haben deine Lügengeschichten satt. Nee, Joel. Schmeckt wirklich, wirklich lecker. Wenn die jetzt noch reif wäre, würde es auch grazy sein. Nein, das schmeckt nach nix. Das schmeckt nach juicy Peach. Auf dieser Stelle wissen wir jetzt auch, dass Julia Kreatic einfach mal Käse erzählt. Hä? Schau, wie perfekt das ist. Kann ich noch den Rest von der Peach haben, weil die schmeckt mir wirklich lecker. Ist it good? Julia. Was? Das ist verdammt lecker. Echt? Das ist so geil. Das passt richtig gut zusammen. Mmmmm. Schmeckt nach nix. Hä? Das ist so geil, weil die Banane so schön warm ist. Aber irgendwie fehlt Honig oder so. Aber es schmeckt schon lecker. Also es ist okay, aber frittierte Früchte müssen nicht unbedingt sein, Leute. Doch, schon lecker. Oh. Du musst immer im Gegend nicht sein, weißt du, dass das nervt nicht. Man muss einfach nicht immer einer Meinung sein. Nein, wir könnten aber auch irgendwann mal einen Konsens haben hier. Es klebt die ganze Scheiße hier an meinen Zähnen. Aber haben wir doch. Wir sitzen beide zusammen hier. Boah, es juckt jetzt schon. Scheiße. Echt jetzt? Wo juckt's? An der Momo? An der Lippe. Weißt du, was das Finale ist? Das Finale ist unglaublich lecker, unglaublich gut und saftig noch darin zu. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob's gut wird, aber ich weiß, dass es einfach so komplett da reinpassen wird. Oh mein Gott, Julia. Was? Das ist die unsatisfyingste Pizza, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist keine normale Größe und das ist kein Mini. Das ist keine Piccolini. Das ist einfach nur falsch. Das sollte nicht existieren. Ich liebe diese Pizza. Wann isst man so eine Pizza? Wenn man nicht so richtig viel Hunger hat. Aber halt Hunger. Ne. Das ist Käse. Ja, das ist auch da drauf. Leute, das kann man doch nicht machen in der Größe. Sorry Leute, aber Picola oder wie die heißt, ist doch total cool. Ja, zeig die mal. Meinst du Ricola? Das war was anderes. Zeig jetzt mal die Verpackung. Picola. Oha, das gibt's richtig so von Restaurant. Ja, natürlich. Was machst du denn? Ich schwöre, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, du hast noch nie in deinem Leben Burrata gesehen. Das ist auch gestört. Das Ding ist, das funktioniert halt auch gar nicht so richtig. Doch schon. Ja, klar funktioniert das. Joey, das funktioniert halt noch nicht. Oh ne, Joel, das ist das unbefriedigste, das unbefriedigste, unbefriedigendste Ende, was ich jemals gesehen habe. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, hast du gerade meine Sprachstörung mitgekommen? Ja, ich kriege das ganze Video überhaupt schon mit. Das war der absolute Oberhammer. Ich bin nicht mehr, ich bin für diese Art von, für diese Art von. Halt die Fresse einfach. Halt einfach deinen Maul. Ich bin für diese ganze Art von Stress nicht mehr ausgelegt. Hey, das merke ich. Du machst es gerade nur noch mehr kaputt. Julia, warum vertraust du mir nicht einmal? Ja, weil das nicht funktioniert. Warum lässt du mich nicht einmal irgendwas machen? Das mache echt ich die ganze Zeit alles. Ja. Ja, aber das kennen wir doch. Ja, das kennen wir auch. Und ich habe auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Oh, die Scheiße schwimmt auch noch, ey. Und hier läuft gerade hier so Tomatensauce raus. Ähm, geht jetzt echt schlecht. Wie viel von dem Nektarinzeug darfst du essen? Gar nichts. Oh. Es juckt immer. Es ist immer das... Au. Mach es leicht. Au. Au. Oh mein Gott, hat das weh getan, Alter. Aber nicht erst mal auslachen, ne? Au. Au. Es brennt immer noch. Au. Immer noch. Jetzt gerade. Nicht Julia, dann brennt es wieder. Ich mag es jetzt nicht nochmal. Ja, ich drehe es nur um. Hast du gerade die Banane reingeworfen? Ohne Panko? Ohne Panko. Wui. Mach es schnell raus. Mach es schnell raus. Mach es schnell raus. Ich glaube, das ist die Banane, die gerade ausrastet da drin. Oh. Das ist ekelhaft. Aber ich hole jetzt die Banane raus. Was ist das denn? Golden Beauty. Da. Aber irgendwie auch geil. Es ist schon ein bisschen juicy noch oben drauf, muss ich sagen. Oh. Guck mal, wie es rausgejuiced kommt. Oha, das sehe ich gar nicht. Weil du deine Hand so nervig davor hast. Siehst du es? Ja, dann hält doch die Kamera mal anders. Oh. Sogar noch mit Käse. Oh, da hätten wir noch die Purata jetzt drauf schmeißen müssen. Oh Mann ey. Und du hast sie aufgefressen. Hä? Ich? Du auch. Julia, du kannst da noch nicht reinbeißen. Echt krass. Mh. 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 Der Burger war geiler. Ich sag dir eine Sache. Wenn du Panko drum machst und dann in die Frischöse steckst, dann schmeckt das Essen hauptsächlich nach Fett. Nach Panko. Es schmeckt eigentlich alles gleich hier. Es schmeckt gut, aber alles schmeckt gleich. Alles schmeckt gleich, aber mit so einem Touch von was anderem. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob das hier... Oh mein Gott, das ist getränkt mit Fett, Julia. Das ist ja so unglaublich heiß. Wollen wir in unseren goldenen Schniedel beißen? Wollen wir zusammen in unseren goldenen Schniedel beißen? Also wenn wir schon in den Schniedel beißen, dann zusammen. Dann wir es gemeinsam. Ja, okay. Das ist ein Bonding-Moment. Okay. Das sag ich dir. Wollen wir uns dabei auch anfassen. Warum hältst du es denn so weit zu mir und nicht zu dir? Wir müssen gleichzeitig reinbeißen. Ja. Okay. Mh. Mh. Das schmeckt wirklich am allerbeste. Mh. Von allen. Ist aber heiß. Dann haben wir den Schwellkörper. Leute, das reißt. Wirklich, das war einfach eine Nummer zu viel. Ich hab euch ganz doll lieb. Ich hab dich ganz doll lieb. Das war wunderschön verzeiglich und toll. Haben wir es wirklich noch lieb? Ja, doch. Ich hab das Gefühl, die Frittose hat wirklich so ein bisschen das Ding kalt zwischen uns gegeben. Nein, das hat sie nicht. Tschüss. Tschüss. Schmier doch mal bitte nicht die Fettfinger an meinem Tisch ab. Ja!